Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Pferdenarbeit. Ich bin Udi Falscher, trainiere seit 20 Jahren Pferdenhunde und zeige euch heute, wie man die ersten Winkel für den Hund legen kann. Eure Hunde suchen ja Geraden, leichte Geraden, schon intensiv und konzentriert. Dann ist es Zeit, Winkel zu legen und auch zu suchen. Und hier seht ihr gleich, wie eine gelungene Winkelarbeit aussehen kann. Hier von dem kleinen Border Terrier. Gleichmäßiges Tempo, Nase tief unten, jeden Tritt absuchen und der Kleine lässt sich von nichts und niemand ablenken. In der Pferdenarbeit müssen wir normalerweise 90 Grad Winkel, also rechte Winkel suchen. Ein rechter Winkel kann links oder auch rechts herum gehen. Später, in der höchsten Stufe der Pferdenarbeit, sind es auch spitze Winkel zwischen 30 und 60 Grad. Kommt ein Hund an einen Winkel, erwartet er zunächst den Schritt ja weiterhin geradeaus. Um ihm ein fehlerfreies Lernen zu ermöglichen, setzen wir daher den ersten Schritt im geplanten Winkel nur ein bisschen in die neue Richtung. Der übernächste Schritt dann wieder ein bisschen mehr in die nächste Richtung und so ergibt sich im Ganzen ein leichter Bogen. Nach ca. 10 Schritten immer mit leicht veränderter Richtung haben wir dann die neue Richtung erreicht. In den Bogen legen wir etwas weniger Leckerli als in die gerade zuvor, da der Hund ja seine volle Aufmerksamkeit benötigt, um die veränderte Richtung wahrzunehmen und entsprechend zu reagieren. Wenn allerdings starker Wind herrscht, dann legt mehr Leckerli in den Bogen. Denn wie ihr in meinem Buch lesen könnt, Wind hat einen großen Einfluss, wie schwer ein Winkel für den Hund zu suchen ist. Und hier lege ich nun einen Winkel mit ca. 10 Schritten im Bogen und nach dem Bogen habe ich die neue Richtung der nächsten gerade erreicht. Dann suche ich den Winkel oder den Bogen mit meinem Hund und dieser sollte den Bogen ohne zu zögern, ohne das Tempo zu verändern, einfach absuchen und dann der neuen Richtung folgen. Und wie ihr seht, sucht der kleine Kerl den Winkel, der als kleiner Bogen gelegt wurde, intensiv mit gleichmäßigem Tempo, tiefer Nase und sehr konzentriert. Und bedenkt beim Legen einer Pferde immer, ein Winkel ist schwerer zu suchen, je schneller sich die Richtung der Pferde im Winkel ändert. Zunächst ein Erdel-Terrier, der den Winkel sofort bemerkt, aber die neue Richtung der Geraden nicht richtig annimmt. Dies könnte man beim nächsten Mal unterstützen, indem man gleich nach dem Winkel Futter legt. Hier ist der gleiche Hund im gleichen Gelände, aber mit einer etwas anderen Windrichtung. Hier nimmt er den Winkel ordentlich, verfolgt die Pferde auch genau weiter, aber beschleunigt etwas das Tempo. Auch hier könnte man direkt nach dem Winkel etwas mehr Futter legen, damit der Hund nach dem Winkel nicht beschleunigt. Und dieser kleine Terrier zeigt in jedem Winkel das gleiche Verhalten. Er hebt kurz den Kopf hoch und sucht dann aber mit gleichmäßigem Tempo weiter. Vermutlich ein Zeichen von Unsicherheit, weil die Winkel, die er in den Pferden zuvor suchen sollte, etwas zu schwer waren. Auch hier versuchen wir mit mehr Futter und etwas leichter zu suchenden Winkeln ihm dieses Verhalten abzugewöhnen. Und einige Pferden später sieht man das Ergebnis. Er sucht die Winkel wieder mit einem gleichmäßigen Tempo durch. Dieser Hoverwart sucht einen Winkel mit einem relativ großen Radius. Er sucht den Winkel intensiv, bleibt genau auf der Pferde, frisst alle Leckerli. Auch bei der nächsten Richtungsänderung, also bei etwas anders einwirkendem Wind, sucht er diesen Winkel sicher und mit gleichbleibendem Tempo. Dieses Verhalten hat er nun schon öfters gezeigt und so kann man langsam die Schwierigkeit der Winkelarbeit erhöhen, indem man den Radius der nächsten Winkel verkleinert. Immer wieder Futter in den Winkel legt, nicht zu viel und schaut, ob der Hund auch diese erhöhte Schwierigkeit meistert. Und hier ein Winkel mit relativ kleinem Radius und Futter direkt hinter dem Winkel. Eine sehr gelungene Arbeit. Und vergesst nicht, diese Winkel, auch die leichten Winkel, besonders am Anfang der Ausbildung, bei unterschiedlichem Wetter zu suchen. Auch hier bei Sturm und starkem Regen. Auch hier sollte der Hund intensiv und mit gleichmäßigem Tempo suchen. So, das war es wieder einmal. Jetzt seid ihr mit euren Hunden dran, die ersten Winkel zu legen und zu schauen, wie euer Hund die Winkel auch sucht. Und wenn ihr unterschiedliche Richtungen schon sucht mit der Geraden und auch die Winkel gut nimmt, ist es Zeit, die Fährte immer länger zu machen. Eventuell dann langsam auch Futter abzubauen, die Schwierigkeit zu erhöhen. Ja, aber das kommt alles in den nächsten Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Ihr könnt mir gerne ein Like oder ein Dislike geben. Ich freue mich auch über Kommentare. Bis zum nächsten Video und viel Spaß beim Training. Bis zum nächsten Mal.